Für unsere leckeren Pancakes benötigt man eine Prise Salz, ein Ei, 300 ml Milch, 225 g Mehl, 50 g Butter, ein Päckchen Vanillezucker, ein Päckchen Backpulver, außerdem Früchte nach Belieben und Ahornsirup zum Servieren. Als erstes wird die Butter geschmolzen. Nun schlägt man das Ei auf und gibt die Milch, die geschmolzene Butter, das Mehl, das Backpulver den Vanillezucker und die Prise Salz hinzu und verquirlt alles miteinander. Man stellt die Herdplatte auf mittlere Stufe und gibt ein bisschen Teig in die Pfanne. Der Pancake wird gewendet, wenn sich darauf kleine Bläschen bilden. Genauso macht man es auch mit dem Rest des Teiges. Zum Schluss kann man die Pancakes noch mit Früchten und Ahornsirup dekorieren. Ein Tutorial von Suhaila, Sophia und Kathi von Suhaila, Sophia und die Päckchen Backpulver, von Suhaila, Sophia und die Päckchen Backpulver. Und das ist jetzt schon mal die Bäckchen Backpulver. Und das ist jetzt schon mal die Bäckchen Backpulver. Vielen Dank.